So ein Leben, wie du führst, will ich nicht führen. Das war eine klare Aussage. Ich habe es teilweise gemacht und es ging erstaunlicherweise, aber es ging halt auch nur wirklich das. Und dann gibt es kaum Familie und kaum andere Sachen. Ich sehe das heute auch schon. Ich sitze oft im Hotelzimmer und bin wirklich deprimiert, weil man fällt in ein Loch und ist alleine und weiß nicht, was mit sich anfangen. Man fragt sich, warum mache ich eigentlich diesen Quatsch? Warum sitze ich hier? Warum bleibe ich nicht zu Hause und mache irgendwas anderes? Wird irgendein Handwerker oder irgendwas, was einem auch Spaß machen kann, wo man aber halt einfach jeden Abend bei der Familie zu Hause sitzt, weil es einfach eine wirklich ungeheure Belastung ist auf Dauer, dieses Leben so als Nomade betreiben zu müssen. Jetzt werfen wir euch nur wieder hin. Das war eins! Ich teore das! Das war das. – Ich Pillan. – Ich will dich nicht – – Eric, ich bin froh.